Seit über zehn Jahren arbeiten wir vertrauensvoll mit der Firma Riegelein Schokri zusammen. Und wir haben gespürt und entdecken immer wieder, dass sie eben auch ein Herz für den Nikolaus haben, für die Haltungen wie Nächstenliebe, für eine Wertehaltung gegenüber den Mitmenschen aus christlichem Glauben sich zu engagieren. Und von daher haben wir uns entschieden, mit der Firma Schokri Riegelein auch Produkte und Ideen weiterzuentwickeln. Und wir sind auch sehr dankbar, dass die Firma Riegelein karitativ soziale Projekte für Kinder, für Jugendliche, für Bedürftige auch im Bonifatiuswerk durch die Nikolaus-Aktionen unterstützen möchten. Das Besondere an der Herstellung der Schokoladen-Nikoläuse bei uns im Hause ist, dass das Festhalten an den traditionellen Werten, an den traditionellen Figuren, das ist uns ein besonderes Anliegen. Natürlich dann die sorgfältige Herstellung von qualitativ besten Zutaten und die ausnahmslose Verwendung von fair gehandeltem Kakao. Das ist uns auch ein Herzensanliegen seit vielen Jahren. Und schlussendlich die Liebe zum Detail, gerade bei der Gestaltung des Nikolauses, dass man eben Wert darauf legt, dass das möglichst originalgetreu wiedergegeben wird und damit die Herzen der Konsumenten erfreut. Und von jedem Nikolaus, der beim Bonifatiuswerk gekauft wird, geben wir als Bonifatiuswerk 30 Cent für karitativ soziale Projekte, seien es Hospizdienste, sei es Kinderprojekte oder für weitere Bedürftige. Und deswegen möchten wir Sie bitten, unterstützen auch Sie diese Projekte. Bis zum nächsten Mal.